Kopenhagen, historische Hafen- und Handelsstadt, Heimat der Erfinder und Neudenker. Und seit Jahren ein herausragendes Beispiel dafür, dass Wachstum und Innovation im Einklang mit der Natur funktionieren können. Im vergangenen Jahrzehnt allein ist die Stadt um ein Fünftel gewachsen und dennoch hat sie ihre schädlichen Ausstöße fast halbieren können. Wie hat man das geschafft? Auf die Fahrräder und los! Um so schnell wie möglich klimaneutral zu werden, muss Kopenhagen natürlich vor allem auf erneuerbare Energien umstellen. Dieser Wandel ist von den zahlreichen Stränden der Stadt aus kaum zu übersehen. Steifen Wind gibt es hier ja zu Genüge. Nächster Stopp, Islands Bregge. In Kopenhagens Hafenwasser schwammen noch vor einer Generation Öl und Abwasser. Und heute? Macht hier jung und alt eine gute, bis sehr gute Figur. Modernsten Reinigungsanlagen sei Dank. Nicht nur für Audiotouren die beste Wahl, auch für die grünen Städte der Zukunft nicht wegzudenken. Das Fahrrad oder Dänisch Zükel. In den letzten zehn Jahren wurden in Kopenhagen 200 Millionen Euro in Fahrradinfrastruktur investiert. Das Ergebnis? 385 Kilometer Fahrradwege führen durch die Stadt und heute gibt es fünfmal so viele Fahrräder wie Autos. Und für längere Strecken und für die, die kein Fahrrad fahren können, wurden in den letzten drei Jahren zwei neue Metrolinien eröffnet. Fast jeder Einwohner erreicht in zehn Minuten eine Station und ist so in den Kreislauf der Stadt eingebunden. Auch Waren und Baumaterialien sollen in Kreisläufen durch die Stadt. In den Resource Rows, Dänemarks erstem Wohngebiet aus wiederverwerteten Materialien, wurden die Mauern verlassener Häuser in Ziegelblöcke geteilt und später wieder neu zusammengesetzt. Das Wohnprojekt zeigt, wie Kreislaufwirtschaft ganz konkret funktionieren kann. Aber egal, wie sehr wir die Natur jetzt noch schonen, mit extremen Wetterbedingungen leben wir schon heute. Um Hochwasser vorzubeugen, wird im Enghavepark Regen in einem unterirdischen Reservoir gesammelt und an all den anderen Tagen im Jahr ist hier Platz für Freizeit aller Art. Denn die Kopenhagener machen trotz ihrer nachhaltigen Lebensweise nie den Anschein, als würden sie gerade auf etwas verzichten. Im Gegenteil. Deshalb ist Kopenhagen ein so gutes Beispiel.